Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer Modus. So, wo haben wir unsere nächste Mission? Bei Simeone. Im Aberbauch. Knacken wir mal das Fahrzeug hier. Aber zack. Komm, 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 komm. Schön. Hm, hm, hm. Ah, eigener Radiosender. Danke. Ah, ist wieder der Hintergang, ne? Ne, doch, vorne. Hoppala, Entschuldigung, mein Fehler. Jo, nette Sprinkleranlage. Gibt's Quasis dazu hier? Was? Nein, was hast du gesagt? Was ist das so? Entschuldigung. Warte. Das Junge. Ich bin sein Mentor. Ich bin so stolz von dir. Was bedeutet ein Mentor? Keine Worte. Okay, also, was hast du für ihn? James De Santa. Irgendwas Kind. Er ist bereits late in seine Payung. Und ich habe diese schlechte Gefühl, dass er mehr Schmerz zu dem Auto als wir von ihm bekommen können. In den Interest Rate der Payung. Just geh und geh. Genau. Beim Jura-Studium. Da beginnen wir uns jetzt hinten. zum netten Jura-Studium. Wie wir doch alle wissen. Franklin, der Jura-Student. Nun ja. Also, wir sollen das Fahrzeug von einem Herrn Michael De Santa zurückholen. Beziehungsweise von seinem Sohn. Und da beginnen wir uns jetzt hin. In die Rockford Hills. aufgeht. Das war alles. Ich bin so schnell. Das Marsch. der ruhig ist. Ich muss das auf dem Auto zurückkommen lassen. Ohr, ich bin sicher. Du hast diese Fahrzeuge weg? Und dann darüber gesprochen. Die Sicherheitskunde sagen, dass sie ein Locked Garage haben. Du musst, nachher zu erhalten. Man, das ist nicht tot, mit deinem Ziegen. Lama, unser netter, guter Freund hat sich natürlich dieses 6 Motorrad aus der letzten Mission geschnappt und uns hängt man es natürlich an die Nase ich würde sagen, ich gehe durch die Tür aber jetzt vielleicht noch nicht unbedingt na gut, ich gehe über die Tür schleichen, schleichen ganz ruhig und zack genug gearbeitet das haben wir in der Garage mitten drin da müssen wir reinkommen da steht es, ah, da ist das Auto das wir mal in der Mission gehabt haben in der vorletzten nein, in der letzten war das am Anfang da kommen wir nicht rein zur anderen Tür auch nicht aber da sieht es doch gut aus ganz ruhig rein und jetzt leise verhalten oh, verdammt ja, kann ich mir vorstellen ja, bei denen geht doch auch mehr Garage öffnen und weg sind wir bevor irgendjemand etwas bemerkt und raus los hey simian i got the right man i'm coming back yeah, if you actually bring the repossession to me this time i can have it back out on the street before the day is done oh it's a 9mm semi-automatic pushed against your skull look around you just keep driving where you're going hey, come on man this was a repo job guy was behind on his fucking note unlikely considering my son just got the car and looking at the way you're going about this my guess you're working a credit fraud a credit fraud? be serious, dude i just work the fucking repos i appreciate a kid who follows orders without taking responsibility yeah, maybe one day we'll have a beer and i'll explain how the world really works who gives you the slip a car dealer, dog by the name of simian yatarian so this businessman he look legit to you look, man it's just between him and your fucking son don't worry me and mr. yatarian we'll work this out das kann ja was werden stop the car pull up that the place yeah, that's the place, man whoa drive into it right through the fucking window and fast i'll put two rounds in the back of your skull and do it myself man, you can't be free i look like a fucking joke do you man, fuck fuck my life, man fuck it shit don't know mitfoil gas online man, shit no franklin what the fuck are you doing mr. samuel it's not exactly how it looks i always trump big for a job well done get out of here kid you motherfucker oh, now it's a bit of a on the fress zack zack oh, oh der kann auch was jetzt bin ich aber dran komm, gib ihm sonst war's so richtig voll gegen die oh, oh to teal oh, no my he agreed to financing i have his signature yeah did he agree to have some funk break into my fucking house i, 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 i don't know that kid might be a fucking idiot but you are a fraudulent scumbag piece of shit don't make me have to come back here und damit sind wir jetzt michael abspeichern natürlich, klar 67% mal wieder da kommst du nicht heran können wir irgendwas holen müssen vielleicht missionszeit zu lang sieben minuten sieben ich war recht schnell wechseln wir mal zwischen den beiden das geht zügig auf dem pc mein persönliches fahrzeug wurde beschlagnahmt das steht doch hier direkt um die ecke ok hobbys und zeitvertreiber sind verfügbar das finde ich gut klamotten lehnen auch wahrscheinlich nicht so zumindest bisweil noch nicht da muss ich also noch ein bisschen drauf fahren wunderbar gehen wir mal wieder zurück zum michael beziehungsweise ne mit franklin haben wir die mission hier oben da wollen wir da mal hinkruisen aber eben in der nächsten folge ciao ciao Vielen Dank.